Hallo, mein Name ist Janik und ich möchte Ihnen heute zeigen, wie Sie auf Ihrem Android-Smartphone Apps auf den Home-Bildschirm legen können, um sie anschließend leichter zu erreichen. Zum einen geht es, indem Sie das Menü öffnen, sich anschließend eine App aussuchen und auf diese länger tippen. Nun erscheint auch schon sofort das Logo, welches hier beliebig platziert werden kann. Möchten Sie die App-Verknüpfung nun wieder löschen, so tippen Sie wieder länger auf die App und fahren Sie das Icon auf Entfernen. Die zweite Möglichkeit, eine App auf den Home-Bildschirm zu legen, ist die, dass Sie einfach länger auf den Startbildschirm tippen und anschließend den Punkt App auswählen. Dieser Liste können Sie nun eine Anwendung wählen, welche immer auf dem Home-Bildschirm erscheinen soll. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.